2019 hinter Alexis Bainteau. Die Franzosen feierten damals einen wunderbaren Doppelsieg. Aber Mathieu Feber hat das komplette Material gewächst. Weg von Haedt hin zu Salomon und das bedeutet eben neuer Ski, neue Schuhe, neue Bindung, neu alles und bis man da die richtigen Abstimmungen gefunden hat, das dauert einfach. Ja, und dann hat man immer wieder einmal Tage drin, wo es geht. Dann hat man das Gefühl, er hat uns gefunden, aber dann kommt man wieder auf andere Verhältnisse. Dann ist man wieder ein wenig am Pröbeln. Ja, die Falle von Feber war es so, dass es zu Beginn auch bei den Gletschertrainings in Europa noch ganz gut funktionierte. Dann Südamerika und dort ging nichts mehr. Ein riesen Rüstand. An der einen ist dann wieder eine andere Geschichte. Das musst du auf den Punkt bringen. Ein grosser Rückstand für ihn. Ja, da wird ihm. Ja, da wird ihm.